Ja, Dankeschön. Ja, wir sind jetzt am Hoch König, an der Torseine, seit ungefähr drei Jahren möchte ich da die Tour klettern hinter uns, das ist die Opéra Vertikale, es ist eine Schwierigkeit so ein Achter umeinander, es muss eine von den besten Touren hier am Hoch König massiv sein, Traumwetter, warm, das Mitte Oktober und jetzt probieren wir das zum ersten Mal und schauen, wie wir da raufkommen. Oh, voll egal. Jepa! 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 Bis zum nächsten Mal.